Der Kampf um Urus hat begonnen. Ab sofort herrscht hier Krieg. Okay, die vermissten Vingar oder Vinyar. Für mich sind das Vinyar. Für mich ist das auch Vinyar, ist mir egal. Drücke M, um das Kartenmenü zu öffnen. Vermisste Vingar mit einziger Art und Quillenkeiten wurden verletzt, in der markierten Gegend zu sehen. Aha, was? Nein, Tensai! Ist weg? Haben sie erwischt oder was? Oh, auf einmal lag er da. Wir schauen uns das mal an. Wo ist er denn? Wo ist Tensai? Tensania. Hallo? Handwerker? Ich habe doch gerade ein Tensai gesehen. Also hier ist so ungefähr die Grenze. Der Rest ist schon mal unser. Das heißt, wir könnten jetzt direkt hier hingehen, die Jägerin uns schnappen. Was vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee ist. Was haben wir hier? Handwerker ist auch nicht so schlecht. Krieger ist auch nicht so schlecht. Da gibt alles natürlich neue Fähigkeiten. Bringt die ja mit sich. Hm. Hier, sie wird dir beibringen, wie du deinen Jägerblick verbessern und dir mehr über den Bestienmeisterjagd erzählen. Okay, was hat er hier zu berichten? Er wird dir neue Handwerksfähigkeiten beibringen und dir zeigen, wie du deine Taschen und Gürtel verbesserst. Auch gut. Und was macht er? Er bringt dir mächtige Takedowns bei und rüstet dich mit mehreren Keulen und Winterkleidung aus. Alles, alles brauchen wir. Das brauchen wir alles. Ist die Frage, holen wir uns die Typen sofort? Und machen dann diese unbekannten Orte, weil das dann einfacher ist vielleicht? Oder machen wir erst mal die unbekannten Orte und äh... Ninja-Hilfen, Testje-Tetten. Testje-Böten. Bestje-Töten. Okay, ähm... Wir suchen es, um in der Story vorhandzukommen. Was muss ich denn machen? Wieso soll ich denn jetzt zurück? Will ich jetzt zurück? Stachelbombe haben wir. Haben wir nur... Also, hätten wir. Bienenschwarm. Brauchen wir noch? Wir haben Organics. Südstein. Südsteinstaub. Südahorn. Südsteinstaub. Südstein. Wo kriegen wir einen Schilfknochen? Nordzeder? Müssen wir dafür in die verschiedenen Himmelsrichtungen reisen? Oder was soll mir das... sagen? Wir haben doch gleich hier... ein Update. Hier kann ich auch noch nix. Meine Herren. Okay, wir gehen nochmal zurück. So, ich bin jetzt... natürlich in der Höhle. Ich gehe mal eben zu Tensei. Der ist scheinbar doch noch da. Da bin ich ja ganz froh drum. Unseren lustigen Schamanen. Der alte Junkie immer für ein Späßchen offen? Äh. Ich wusste es doch. Da ist er wieder. Ah, es war wieder klar, immer. Oh Gott. Alter. Was? Was? Nein. Möchte ich nicht. Eier Ayahuasca. Mir kommt es gleich hoch hier. Eier. Was sag ich? Der alte Junkie, ey. Macht dem echt Spaß, ey. Das gibt es doch nicht. Oh Gott. Was kommt denn jetzt? Vision des Eises. Holy shit, ey. Was habe ich denn für in der Sicht? Wo muss ich denn hin? Ja, wo muss ich nicht dahin? Immer ins Licht. Ins Licht, du musst. Finde die Steinfrau. Warum sterben wir? Hallo, bist du die Steinfrau? Hallo, bist du die Steinfrau? Nee. Ach Gott. Hallo, hallo. Der Bekloppte. Kann ich hier, komme ich vorbei? Ah, mein Klapper, mein Klapper, mein Klapper. Mein Klapper. Ja. Mein Klapper. Mein Klapper. Mein Klapper. Mein Klapper. Mein Klapper. Alter, ein erbitterter Gegner? Nettes Keulchen. Nette Keule. Nettes Keulchen. Alter. Loll. Feier. Was? Boah, was? Einmal Treffen. Ein bisschen. Ich muss natürlich ausweichen. Oh, da können noch mehr. Direkt 2, zack, zack. So geht das. Und los ab, ey, mit deinem Spell. Boah, was sind das denn für Typen? Was? Wie können die denn so viel aushalten bei so einem komischen Zacken? Alter. Bei so einer krassen Zackenwaffe. Wie können die so viel aushalten? Boah, Alter. Wie? Bei so einer krassen Zackenwaffe. Wie können die so viel aushalten? Boah, Alter. Schlau. Schlau. Mein lieber Schwan. Ja. Ah, die Optik, ey. Krass gemacht. Auf jeden Fall sehr nice. Oh, ich glaube, ich muss hier mal schneller durch. Irgendwie das Gefühl, ich werde hier gleich von irgendwas erschlagen. Das ist die Steinfrau. Oh, in Dekko. äh oh jetzt schafft die die Typen noch? ist das nicht dein Ernst, oder? Verwirrung stiften, oder was? Alter, diese Druckwellen hier Shit Wie soll ich denn da hochkommen? Boah Heftig, ich muss rennen, ich muss rennen Ich muss rennen Oh oh Das ist ja eine krasse Mission Wieso? Oh 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 Alter, was? Noch mehr Oh 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 Die sind voll hart Ich möchte gegen die alle ankommen Oh bitte darfst du den letzten sein Dicke Steinfrau hör auf Dicke Steinfrau Ich soll sie verstören? Vision des Reises abgeschlossen. Mein lieber Herr Gesangsverein. In Oros gibt es viele einzigartige mit Fragezeichen markierte Orte. Du lebst. Ich bin ein Wohler. Ich bin ein Wohler. Ich bin ein Wohler. Oh Gott, der Besuch bei dem Typen ist immer ein Graussee. Nee, dieser ist ja unglaublich. Lass dir bloß mal was Neues einfallen. Großes Darwa-Bollwerk, okay. Schwerbewachte Bollwerk, Schwierigkeiten, sehr schwer. Ja, nee, ist klar. Mittel, Mittel, Mittel. Wieso sind wir denn jetzt schon bei Mittel? Ich hätte gern was Einfaches. Okay. Ich schaue einmal. Wir haben neue Fähigkeiten. So, aber eine Fähigkeit. Rohstoffe finden. Mehr. Ich warte noch. Um mir hier so ein paar andere Sachen zu holen. Oder? Zwei Fertigkeitspunkte. Naja, komm, wir nehmen was mir das. Ist egal. Swadish, Swadish. So, das war K. Dann haben wir noch, was haben wir noch? Wo ist mein Hund? Was hat der? Tempo Stär- Ah ja. Seltener Streifenwolf. Den bräuchte ich. Der Jaguar ist auch nicht gerade der Beste. Der ist auch nicht stärker als ein Wolf. Ist natürlich im Schleichen sehr gut. Ein schwarzer Jaguar. Ein Leopard. Höhlenlöwe. Hier, den hätte ich gerne. Ihn hier hätte ich gerne. Den Leoparden. Als nächstes. So. Handwerk. Achso, genau. Komm, wir gehen einmal gucken in die, in unser Dorflager. Was da denn so drin ist. Äh, das ist nicht das Dorflager. Wo ist denn das Dorflager? Da. Oh. Das brauche ich. Feuerstein brauche ich nicht. Was haben wir hier denn? Mensch, die haben gesammelt. Voll. Was haben die noch? Schilf. Schilf. Oh, ist aber auf jeden Fall schön, dass die hier ein bisschen was gesammelt haben. Und das gefällt mir schon mal sehr gut. Und das gefällt mir schon mal sehr gut. Ähm. Dann gucke ich mal, was ich damit so anfangen kann. Ich gucke nochmal kurz hier. Hier kann ich natürlich nix, aber ich kann in Beutetasche, in meine eigene Beutetasche muss ich jetzt ja nicht unbedingt reinschauen. Obwohl doch, wir können mal kurz gucken. Und Nordton habe ich auch was. Es gibt immer nur Nord und Süd, okay. So, jetzt kann ich zumindest hier mal eine Stachelbombe bauen. Hm. Das kann ich hier alles noch nicht bauen. Naja, okay. Zumindest mal diese Stachelbombe. Die können wir dann auch mal irgendwann testen. So, jetzt gehen wir noch auf die Karte. Und ich würde sagen, Lagerfeuer. Beanspruch diesen Ruheplatz. Wieso denn hier unbekannter Ort? Da war ich doch schön. Pass auf, wir gehen hier zu ihr, ja. Gehen aber über dieses Fragezeichen und über dieses Fragezeichen. Und wieso reise ich jetzt schnell? Keine Ahnung. Ich reise einfach mal schnell. Und markiere mir jetzt diesen Ort. So. Nein, lass das doch mal. Hier scheint ganz schön was los zu sein. Kann das? Oh, das ist alles von mir. Okay, okay. Oh, scheiße. Dann lieber den Pfeil in den Boden ramm. Mann, die haben wieder welche von mir erwischt, die Penner. Und dann wieder diesen Geier, das war echt so ein Glückstreffer, wo ich den getroffen habe. Den Adler. Den Adler. Den Adler. Jetzt. Äh, wie kann ich diesen Scheiß? Wie kann ich diesen Scheiß-Adler? Ich brauch dringend ne Feder. Was? Ja, ja. Sekunde mal. Äh. Scheiße, diesen seltenen schwarzen, den hätte ich gerne. Wo ist der hin? Wo ist der hin? So. Oh, ein seltener Rothund, ein schwarzer Rothund, sehr schön, habe ich gezähmt. Das gefällt mir sehr gut, ich möchte, ich nehme hier, wenn wir das mal anziehen. Und wie kann ich diesen, wo ist der Geier? Ich sage immer Geier, ich weiß, dass es irgendwelche Adler sind, aber ich bin halt Geier. Sag mal, den, den ich jetzt habe, der ist auch nicht so, der ist auch nicht, der ist auch nicht so schlecht, ne? 2, 2, schleichen 4, dafür ist er nicht so schnell. Ach komm, ich nehme wieder meinen, ich nehme wieder einen Wolf. Aber schön, dass ich dich, äh... Okay. Hui, ich habe ja noch Glück gehabt, dass er rechtzeitig gekommen ist, mein Junge. Mein Junge. Ähm, oh, hier geht es aber steil ab, ähm... Wir schauen mal, ob wir irgendwo einen Abstieg finden. Wie kriege ich denn so einen Haken? So einen Haken bräuchte ich noch. Was? Was? Ja, die Tasche ist voll, ich weiß. Was haben wir denn hier? Das kann ich nicht nehmen. Ja. 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 Aber auch nicht schon wieder, warte mal. Ja. 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 Töter alle Waffel? Aja. Das war's, ne? Was haben die da immer für komische Eingeweihte-Beutel um sich? Nee, nee. Äh, warte mal, warte mal, ich komm ja, wie komm ich denn hier hoch? Wie komm ich denn hier hoch? Hallo? Ja, Hatschi. Äh, inwieweit das indo-germanisch ist, frag ich mich auch. Neue Dorfbewohner. Und jetzt, was ich jetzt immer gerne wissen will. Nein. Nein! Sag mal, kann ich die nicht einfach an einem Feuer entzünden? Doch, geht doch. Muss nur mal richtig machen, ey. Ach so, ich dachte, ich komm da rein. Ja, super. Wofür ist ein Thema? Wieso brenne ich denn? Ach, Scheiße. Was? Alles klar, weißt du? Macht sich jetzt über die lustig. Na ja, wer weiß, was früher so war. Was hab ich denn da? Ein Ugli-Ator. Ein Ugli-Ator ist da. Wenn ich mal in den Kopf schieße. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Was ist denn, wenn ich ihn ins Auge schieße? Das hat was gebracht. Dann tauche ich mal schnell. Und sag mal, äh, Krokodil. Ah, das da unten. Das wollte ich haben. Da sehe ich gerade was viel Besseres. Aber ich muss erstmal nach oben. Unten ist dieser Stein. Ähm, wie komme ich denn da hin? Den Stein. Bleib hier, bleib hier. Bleib hier. Nein. Jawoll. Das hab ich gesehen. Das ist sehr gut. Bewacht von einem Ugli-Ator. Was? Ich muss hier raus. Boah! Da, Alter. Ich hab den nicht gesehen, diesen Scheißbär. Na ja, bleib du mal da drin. Wenn ich jetzt hier in der Bärenfalle. Ich muss mal kurz schauen, wo muss ich denn hin? Ich mach mal hier. Zack. Wir wollten ja sowieso in die Richtung. Und wie komme ich nach da? Vermutlich hier diesen Weg entlang. Ich bin mir nicht so ganz schlüssig.